Blitzbob hier. Heute bauen wir eine Gitarre und so weit sind wir gekommen mit der Gitarre. Jetzt müssen wir das biegen. Jetzt tun wir das wieder einschneiden. Das kommt dann so hin. Jetzt tun wir wieder verkleben mit Montagekleber. Montagekleber drauf machen. Dann machen wir hier Montagekleber. So und jetzt tun wir das wieder verkleben. Da brauchen wir noch ein bisschen Montagekleber. So wird das verklebt. Ganz modern. Das ist gar nicht so einfach. So verkleben wir es. So. So. Vielen Dank. So verkleben wir das, schön verkleben. So verkleben wir das. So, jetzt müssen wir Tisch putzen. So sieht es aus, jetzt machen wir nochmal, jetzt nehmen wir das hier, machen wir wieder so, einknicken und hier auch einknicken. So, dann machen wir wieder so. Jetzt hier noch. Das tun wir dann noch knicken. Und dann machen wir hier noch Montagekleber hin. Dann hier noch schön Montagekleber. Und dann verkleben wir das hier. So verkleben. So. 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 und so sieht es aus das gibt dann eine gitarre seht ihr wie schön das aussieht so das war's für heute bald kommt teil 4